Die BoneBridge ist ein teilimplantierbares Hörsystem. Sie eignet sich für Personen mit Schallleitungs- und kombiniertem Hörverlust und einseitiger Taubheit. Das BoneBridge-Hörimplantatsystem besteht aus einem extern getragenen Audioprozessor und einem chirurgisch unter der Haut platzierten Implantat. Der Audioprozessor wird durch Magnetkraft direkt über dem Implantat gehalten und kann komfortabel unter dem Haar getragen werden. Schallwellen werden von den Mikrofonen des Audioprozessors aufgenommen. Der Audioprozessor wandelt Klang in elektrische Signale um. Diese Signale werden durch die intakte Haut zum Implantat übertragen. Das Implantat ist im Felsenbein verankert. Die Signale werden vom Implantat in mechanische Schwingungen umgewandelt, die an den Schädelknochen übertragen werden. Der Schädelknochen leitet die Vibrationen an das Innenohr weiter. Deshalb wird dieses Implantat als Knochenleitungsimplantat bezeichnet. Die Schallübertragung zum Innenohr mittels Knochenleitung umgeht damit das Außen- und das Mittelohr. Das Innenohr verarbeitet die mechanischen Schwingungen ähnlich wie beim natürlichen Hörvorgang und gibt sie als akustische Information an das Gehirn weiter. Der Audioprozessor bietet modernste Technologie. Er passt sich verschiedenen Hörsituationen und individuellen Hörgewohnheiten an. Mit der Fernbedienung kann er einfach bedient werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich kabellos mit externen Geräten wie Handys oder diversen Hörhilfsmitteln zu verbinden. Die Cover des neuen Audioprozessors können gewechselt werden. Farbe und Design können so individuell dem eigenen Stil angepasst werden. Der extern getragene Audioprozessor kann auch noch Jahre nach der Implantation problemlos durch ein neueres Modell ersetzt werden. Dadurch profitieren Nutzer stets von der neuesten Technologie. Das ist ein wesentlicher Vorteil des teilimplantierbaren Systems. Die BoneBridge ist ein richtungsweisendes neues Knochenleitungshörsystem.